ASV Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Zum Wochenbeginn gibt es beim Hamburger SV positive Entwicklungen, aber auch einige Einschränkungen im Training. Jean-Luc Dompet ist wieder auf dem Platz und zeigt individuelle Fortschritte. Der Flügelspieler arbeitet intensiv daran, seine Rückkehr in die Mannschaft vorzubereiten, doch es ist klar, dass er für das kommende Spiel gegen Preußen Münster noch nicht zur Verfügung stehen wird. Jonas Meffert, der Mittelfeldakteur des HSV, wurde wie gewohnt am ersten Trainingstag der Woche gesteuert und fehlte deshalb auf dem Platz. Dies ist Teil des geplanten Trainingsmanagements, um ihn optimal auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Daniel Elfadli musste das Mannschaftstraining ebenfalls aussetzen und absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit. Seine Verletzung erweist sich als hartnäckiger als zunächst erwartet, was seinen Fortschritt verlangsamt. Ich bin froh, dass er wieder läuft. Es kommt nun darauf an, wie schmerzfrei er die Bewegungen durchführen kann, erklärte HSV-Reha-Coach Sebastian Capell. Es besteht Hoffnung, dass Elfadli während der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. William Mikkelbronchis fehlte im Training komplett. Der junge Franzose, der am Wochenende für die U21 des HSV gespielt hatte, erhielt eine Regenerationspause, um sich von den Belastungen zu erholen. Cheftrainer Steffen Baumgart zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten von Jean-Luc Dompet, mahnte jedoch zur Geduld. Er hat gut gearbeitet und die Schmerzen sind geringer geworden. Auch bei ihm müssen wir abwarten, wie wir ihn in der Belastung steigern und zurück in die Spielfitness kriegen. Sowohl Elfadli als auch Dompet werden für das anstehende Spiel gegen Preußen Münster noch ausfallen. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wie schnell die beiden Spieler wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen können. Im Volksparkstadion stehen in den kommenden Tagen intensive Verhandlungen und möglicherweise mehrere Kaderbewegungen an. Laut einem Bericht der Mopo ist die Zukunft von Jonas Meffert weiterhin unklar. Der Mittelfeldspieler wird stark von Hull City umworben, die ihre Bemühungen intensivieren könnten. Ein Wechsel ist daher nicht auszuschließen, obwohl sich Trainer Steffen Baumgart optimistisch zeigt, dass Meffert bleibt. Auch bei Ludovid Reis gibt es Interesse aus dem Ausland. Aus drei verschiedenen Ländern haben sich Erstligisten beim HSV gemeldet. Bisher liegt allerdings kein konkretes Angebot vor, sodass die Tendenz aktuell auf einen Verbleib von Reis beim HSV hindeutet. Der Abgang von Jonas David könnte sich bis zum Ende der Transferperiode hinziehen. Der Verteidiger hat beim HSV keine Zukunft und der Klub ist bemüht, ihn noch in diesem Sommer abzugeben. Allerdings könnte sich der Wechsel aufgrund der zehn Verhandlungen verzögern. Bei Anzi Suhonen ist der HSV nur an einer Laie interessiert. Es gibt mehrere Interessenten für den finnischen Mittelfeldspieler, jedoch wird der Verein wohl nur einem temporären Wechsel zustimmen. Auch William Mikkel-Bronzis steht auf der Liste möglicher Leihspieler. Der junge Franzose könnte ebenfalls den HSV auf Zeit verlassen, um anderswo Spielpraxis zu sammeln. Interessant ist dabei, dass in mehreren Ländern der Transfermarkt länger geöffnet ist als in Deutschland. Dies könnte dazu führen, dass sich einige Wechsel erst nach dem offiziellen Ende der deutschen Transferperiode konkretisieren. Insgesamt erwartet man im Volkspark also noch reichlich Bewegung und spannende Verhandlungen in den letzten Tagen des Transferfensters. Laut Informationen der Bild-Zeitung werden heute und morgen beim Hamburger SV wichtige Personalgespräche geführt. Dabei sollen einige Spieler, die als Streichkandidaten gelten, in persönlichen Gesprächen über ihre Situation informiert und zu einem Wechsel gedrängt werden. Zu den betroffenen Spielern gehören wie bereits erwähnt, Lewin Östunali, Jonas David, William Mikkel-Bronzis und Anzi Suhonen. Der Verein legt den Spielern entweder einen festen Abgang nahe oder, wie im Fall von Suhonen, eine Laie, um ihnen mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Zusätzlich zur Klärung dieser Personalfragen wird die Suche nach neuen Spielern noch einmal intensiviert. Dabei beschränkt sich der HSV nicht mehr nur auf die bisher priorisierten Positionen im offensiven Flügel und in der Innenverteidigung. Die Verantwortlichen des Vereins haben ihre Suche auf ein breiteres Spektrum an Positionen ausgeweitet, um die Mannschaft für den weiteren Saisonverlauf optimal zu verstärken. Die kommenden Tage dürften im Volksparkstadion somit entscheidend für den finalen Kader des HSV sein, sowohl was Abgänge als auch Neuzugänge betrifft. In dieser Woche wird Hull City voraussichtlich ein neues, verbessertes Angebot für Jonas Meffert abgeben. Die Höhe des Angebots ist noch nicht offiziell bekannt, es soll sich aber Schätzungen zufolge auf 1,5 bis 1,8 Millionen Euro belaufen. Der Hamburger SV steht nun vor der Entscheidung, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Für den HSV wäre ein Transfer zu diesem Zeitpunkt eine schwierige Entscheidung, da Meffert als wichtiger Spieler gilt. Die kommenden Tage dürften zeigen, ob der Verein bereit ist, Meffert ziehen zu lassen oder ob man das Angebot von Hull City ablehnt und auf den Verbleib des Mittelfeldspielers setzt. Robert Glatzel könnte am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Preußen Münster wieder in der Startelf des Hamburger SV stehen. Steffen Baumgart plant, die Entwicklung der kommenden Tage genau zu beobachten, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Unabhängig davon, ob Glatzel von Beginn an spielt oder nicht, ist sicher, dass er deutlich mehr Spielzeit bekommen wird. Nach seiner Verletzungspause zeigt sich Glatzel wieder in guter Verfassung, was Baumgart zusätzliche Optionen im Angriff bietet. Die Mannschaft wird diese Woche intensiv trainieren und Baumgart möchte sicherstellen, dass Glatzel bereit ist, wenn er am Samstag in der Startelf aufläuft. Die Rückkehr des Torjägers könnte der Offensive des HSV zusätzlichen Schwung verleihen, gerade in einem wichtigen Spiel gegen Preußen Münster. Glatzels Erfahrung und Torgefährlichkeit sind für die Rothosen von großer Bedeutung und seine Rückkehr auf den Platz wird von den Fans sehnsüchtig erwartet. Laut Informationen der MOPO steht der Hamburger SV kurz davor, Emir Sahiti von Haiduk Split zu verpflichten. Der HSV möchte den Transfer mit einer Kombination aus einem geringeren festen Betrag und erfolgsabhängigen Boni abschließen, während Haiduk Split eher auf eine fixe Summe pocht. Trotz dieser Differenzen verdichten sich die Vorzeichen, dass der Wechsel zustande kommen wird. Emir Sahiti soll bereits am Sonntag sein letztes Spiel für Haiduk Split absolviert haben. Der Flügelspieler wird den Verein definitiv verlassen und es wird erwartet, dass sein nächstes Ziel der Hamburger SV ist. Split ist auf Einnahmen aus Spielerverkäufen angewiesen, was die Verhandlungen für den HSV begünstigt. Die Verantwortlichen des HSV arbeiten intensiv daran, den Transfer in den kommenden Tagen abzuschließen, um Sahiti möglichst schnell in das Team zu integrieren. Daniel Heuer-Fernandes wird auch weiterhin die Nummer 1 im Tor des Hamburger SV bleiben. Diese Entscheidung teilte Trainer Steffen Baumgart am Montag den Medien mit. Baumgart betonte das Vertrauen in seinen Stammtorhüter und äußerte sich zugleich erfreut über die Fortschritte von Matteo Raab. Der Ersatztorhüter kehrte nach seiner längeren Krankheit ins Mannschaftstraining zurück und konnte laut Baumgart wieder mit einem Lächeln voll trainieren. Raab war aufgrund einer Lungenentzündung länger ausgefallen, doch dank seiner Rückkehr ins Training gibt er dem HSV zusätzliche Optionen im Tor. Trotz der Rückkehr von Raab steht fest, dass Heuer-Fernandes weiterhin die erste Wahl zwischen den Pfosten bleibt. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.